Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich gehe heute der Frage nach, soll ich Aktien von Verizon kaufen? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung, es stellt keine Anlageberatung dar und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Beginnen wir mit der Vorstellung des heutigen Unternehmens. Die Verizon Communications Incorporated oder kurz Verizon ist ein US-amerikanisches Unternehmen und gehört zur Branche Telecommunications Services. Ihr findet die Aktie unter der Wertpapier-Kennnummer 868402. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 231,4 Milliarden US-Dollar. Und das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 119.000 Mitarbeiter. Beim Blick auf die Aktionärsstruktur sehen wir, dass rund 61% der Anteilsscheine in den Händen von institutionellen Anlegern sind. Für uns Kleine gibt es diesmal eine größere Wiese, nämlich rund 35%. Und wen es interessiert zum Stand 31.12.2021, halten Warren Buffett und Charlie Munger mit ihrem Berkshire Hathaway rund 158 Millionen Stück. Wenn mich jemand gefragt hätte, was ist denn der größte Telekommunikationskonzern der Welt, dann hätte ich gesagt, ganz klar AT&T. Und wer ist Nummer 2? Hm, weiß ich nicht. Also es ist richtig, sogar der umsatzstärkste Konzern der Welt ist AT&T mit 41 Milliarden US-Dollar Umsatz und die Nummer 2 ist Verizon mit 34,1 Milliarden. Für mich auch interessant, die Bronze-Medaille geht an die Deutsche Telekom mit 32,4 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das ist übrigens eine Aufstellung der integrierten Telekommunikationskonzerne, deswegen ist Vodafone nicht dabei, weil die gelten als Mobilfunker. Schaut man sich aber jetzt die Reihenfolge nach Marktkapitalisierung, also nach Börsengewicht an, dann ist die Verizon unangefochtene Nummer 1 vor der AT&T. Und am Anfang der Analyse steht, wie immer, Geschäftsmodell und Burkram. Verizon Communications ist weltweit tätig. Zu den Kunden gehören sowohl Endverbraucher, Unternehmen als auch Regierungsbehörden. Die Verizon bietet eine große Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Kommunikation, Technologie, Information und Unterhaltung. Grob lässt sich das Geschäft in die Segmente Consumer und Business, also Privat- und Geschäftskunden, unterteilen. Das Consumer-Segment bietet natürlich Postpaid- und Prepaid-Produkte an. Außerdem Internetzugänge für alle vorstellbaren, internetfähigen Produkte. Außerdem bietet es auch feste Konnektivitätslösungen für Privathaushalte wie Internet-, Video- und Sprachdienste. Und es verkauft Netzwerkzugänge an mobile, virtuelle Netzwerkbetreiber. Damit wir eine Vorstellung von der Größenordnung kriegen, jetzt mal Zahlen, Stand zum 31.12.2021. Das waren rund 115 Millionen drahtlose Einzelhandelsverbindungen. 7 Millionen drahtgebundene Breitbandverbindungen und 4 Millionen FIOS-Videoanschlüsse. Auch bei den Geschäftskunden gibt es ein breites Angebot. Da wäre zuerst mal das breite Thema der Netzwerk-Konnektivitätsprodukte. Also private Netzwerke, private Cloud-Konnektivität, virtuelle und softwaredefinierte Netzwerke sowie Internetzugangsdienste. Aber auch Internetprotokoll-basierte Sprach- und Videodienste, Unified Communications and Collaboration Tools sowie Customer-Contact-Center-Lösungen. Das Business-Segment bietet aber auch eine Reihe von Management- und Datensicherheitsdiensten an. Aber auch private Leitungs- und Datenzugangsnetze. Natürlich die Ausstattung des Kunden vor Ort inklusive Installation, Wartung und Standortdienste. Und natürlich Produkte und Dienstleistungen zu dem großen Thema Internet der Dinge. Und zur Größeneinordnung auch hier ein paar Zahlen mit Stand 31.12.21. Da hatte die Verizon rund 27 Millionen drahtlose Postpaid-Anschlüsse für den Einzelhandel. Und 477.000 drahtgebundene Breitbandverbindungen. Die Verizon entstand im Jahr 2000 durch natürlich eine Fusion. Und zwar zwischen der Bell Atlantic Corporation mit der GTE Corporation, ehemals General Telephone and Electronics Corporation. Und dann passierte das, was bei so Megafusionen öfter passiert. Es kommen nämlich die Wettbewerbshüter. In der Folge musste dann das neue Unternehmen das große Internet-Telekommunikationsnetz von GTE Genuity als eigenständiges Unternehmen ausgliedern. Die Genuity stellte eine ehemalige Abteilung von BBN Technologies dar. Und diese Einheit hat die allerersten Bestandteile des Netzes gebaut, das später zum ARPANET und damit zur Grundlage des Internets werden sollte. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich das überhaupt erzähle, wo doch das gar nicht mehr zur Verizon gehört. Ratet mal, wer diesen Teil gekauft hat. Das ist ein alter Bekannter und der nennt sich Level 3 Communications. Und da war doch was, weil die CenturyLink hat dann Level 3 Communications gekauft und die heißen heute Lumen Technologies und darüber habe ich auch einen Review gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte und hier fasse ich mal zusammen. Verizon ist weltweit das zweitgrößte integrierte Unternehmen im Bereich Telekommunikation. Und weiter geht es jetzt mit den Unternehmenszahlen. Und wir fangen an mit Umsatzrevenue und da sehen wir gleich langfristig eine steigende Tendenz und ein Corona-Loch 2020. Und in 2021 sehen wir Umsätze von insgesamt 133,6 Milliarden US-Dollar. Das ist auf Einjahresbasis plus 4,1 und auf Fünfjahresbasis plus 6,0%. Dann haben wir hier noch Return on Sales oder die Net Profit Margin, also das Verhältnis zwischen dem Net Income Gewinn und dem Revenue Umsatz. Hier sehen wir seit 2018 eine steigende Tendenz und landen in 2021 bei guten 16,9%. Nächster Punkt ist die Verzinsung des Eigenkapitals oder der ROI. Hier setzt man den Gewinn ins Verhältnis zum Eigenkapital und jeder Aktionär ist ja am Eigenkapital beteiligt. Und der dunkle Balken zeigt uns hier die Entwicklung des Return on Equity. Und in 2021 haben wir einen hervorragenden Wert von 27,2%. Im hellen Balken sehen wir die Entwicklung des ROCKE, des Return on Capital Employed. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man den berechnen kann. Ich nehme EBIT ins Verhältnis zu Total Assets minus Current Liabilities. Also die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals. Beim ROCKE sehen wir eine leicht sinkende Tendenz. Das ist noch kein Alarmzeichen, aber aufpassen sollte man da schon. Und als nächstes schauen wir uns gleich mal die Entwicklung von Eigenkapital, Fremdkapital und Eigenkapitalquote an. Und wir sehen hier auf einen Blick, alle drei Kennzahlen nehmen zu. Im dunklen Balken sehen wir das Eigenkapital und das ist bis auf 2021 auf 83,2 Milliarden US-Dollar gewachsen. Absolute Zunahme des Eigenkapitals, das ist immer schön. Gleichzeitig sehen wir auch eine Zunahme des Fremdkapitals im hellen Balken. Aber das Entscheidende in dem Fall ist die Relation der beiden, nämlich Eigenkapitalquote. Und hier sehen wir im Jahr 2021 22,7%. Ist ein bisschen gemischtes Gefühl in der Branche. Nicht unüblich in der Größenordnung, aber insgesamt natürlich nicht so wahnsinnig dicke. Jetzt schauen wir wieder ein bisschen die Branchenbesonderheiten an. Denn Eigenkapital ist ja immer die Haftungsmasse. Haftungsmasse ist vor allen Dingen wichtig bei hoher Verschuldung. Erstes Thema. Zweites Thema, wenn man Schwierigkeiten mit dem Eintreiben von Forderungen hat. Also Bad Debs. Telekommunikationsunternehmen sind da gesegnet, weil mit Forderungsausfällen haben die nicht so wahnsinnig viel zu tun im Normalfall. Und dann gibt es die Prepaid-Kunden, die man eigentlich nicht haben will, weil die im Normalfall wenig Umsätze haben. Aber die haben sowieso schon Vorkasse geleistet. Bei den Postpaid-Kunden, also denjenigen auf Rechnung, was die meisten sind, da ist das auch relativ spaßbefreit. Weil wenn so ein Kunde mal einen Monat nicht zahlt, dann stellt man ihm halt einfach die Leitung ab. Fertig. Also das muss man bei Telekommunikationsunternehmen generell immer berücksichtigen. Und von daher ist die Eigenkapitalquote in diesem Bereich nicht ganz so wichtig wie bei anderen Unternehmen. Jetzt wissen wir aber, Eigenkapital ist immer eines, weil es gibt den Goodwill, der bläht das Eigenkapital auf. Und drum rechnen Banken den Goodwill immer raus und schauen dann den Substanzwert an. Und das machen wir jetzt auch. Da sehen wir gleich zweierlei, weil der Substanzwert ist deutlich geringer. Da sind wir nur noch bei 54,6 Milliarden US-Dollar. Und die Substanzwertquote ist auch nur bei 16,2 Prozent. Ein bisschen mager. Soweit die schlechte Nachricht. Aber die gute ist, sowohl der Substanzwert absolut als auch die Substanzwertquote steigt. Und die Tendenz ist schon mal richtig. Apropos Zukunftsfähigkeit, dann schauen wir gleich mal auf das Thema CapEx zu Abschreibungen. Hier geht es darum, inwieweit die bilanzielle Alterung des Anlagenbestand durch Investitionen ausgeglichen werden kann. Und da sehen wir gleich noch eine Besonderheit von Telekommunikationsunternehmen, weil die müssen immer viel investieren. Und die Verizon tut das auch. Wir sehen nämlich während des gesamten Zeitraums deutliches Verhältnis CapEx zu Abschreibungen von über 100 Prozent. Das heißt, dass wir die buchhalterische Alterung mehr als ausgeglichen haben und sogar noch mehr investiert haben. Das gefällt mir. Als nächstes schauen wir auf ein Liquiditätsthema, nämlich die Current Ratio oder Current Assets im Verhältnis zu Current Liabilities. Der Zielwert wäre natürlich bei 1,5 und da sind wir während des gesamten Zeitraums drunter. Wenn ihr euch jetzt erinnert an den Lumen Technologies Review, da liegen wir auch so um die Größenordnung rum. Und das ist auch tatsächlich so, dass wir bei der Bewertung der Telekoms hier andere Relationen ansetzen müssen. Wie vorher schon gehört, mit den Bad Debs haben wir relativ wenig Schwierigkeiten. Gleichzeitig ist ein großes Leistungsspektrum im Dienstleistungsbereich, wo es längerfristige Verträge und monatliche Zahlungen gibt. Das Ganze führt dann dazu, dass Telekom-Unternehmen auf der Cash-Seite einen Vorteil haben. Dafür ist es halt auf der anderen Seite recht kapitalintensiv. Trotzdem ist es natürlich vom Zielwert weg und wird die Risikoprämie erhöhen. Und was sagt der klar Maxl? Was bringt jetzt mir das? Schauen wir mal auf die Beteiligung der Aktionäre. Und wir beginnen natürlich mit Free Cash Flow, Dividendenvolumen und Payout Ratio. So, und im dunklen Balken sehen wir den Free Cash Flow in 2021 mit 19,3 Milliarden. Eigentlich ja ein sehr schöner Wert, aber wenn man von 2020 23,6 kommt, dann ist es nicht ganz so schön. Woran lag es? Der Free Cash Flow setzt sich ja zusammen aus dem Cashflow from Operations und den Capital Expenditures. So, und es war beides nicht so dramatisch, aber Cashflow from Operations war ein bisschen geringer und Capital Expenditures war ein bisschen mehr und schon hat man insgesamt deutlich weniger. Trotzdem versteht mich nicht falsch, 19,3 Milliarden US-Dollar ist schon eine Hausnummer, das haben andere Unternehmen nicht Umsatz. Und dann haben wir ein Dividendenvolumen mit 10,4 Milliarden US-Dollar, das ist auch ganz schön ordentlich und eine Payout Ratio mit 54%. Das bedeutet, dass wir 54% des Free Cash Flows für die Bedienung der Dividende verwenden müssen. Das ist zwar unter meinem Zielwert, ich habe es gern immer unter 50%, aber 54% ist immer noch ein sehr guter Wert. Eine weitere Möglichkeit, die Aktionäre zu beteiligen, ist über eine Steuerung der Aktienzahl, deswegen schauen wir uns die Entwicklung der Diluted Shares Outstanding an. So, und ich schaue hier nicht direkt auf die Aktienrückkäufe, sondern auf die Entwicklung aller Aktien, die potenziell auf den Markt kommen könnten, eben die Diluted Shares Outstanding. Und hier sehen wir gleich, nicht signifikant, aber es ist ein bisschen mehr geworden im Laufe der Zeit und so gut ist das nicht. Jetzt haben wir uns schon viele Faktoren über den Wert der Aktie angeschaut, jetzt schauen wir mal auf den Preis und inwieweit Preis und Wert in einer vernünftigen Relation stehen. Auf dem Kurszettel der Verizon Communications stehen zurzeit 54 US-Dollar und 68 Cent. Das ist auf Jahresbasis ein Kursminus von 2,7%. Bei der Einschätzung, ob das jetzt ein guter Kurs ist oder ein bisschen teuer, helfen uns sogenannte Multiples oder Multiplikatoren. Und wir schauen in dem Fall auf KGV, KCV und Enterprise Value ins Verhältnis zum EBITDA. So und alle Zahlen, die wir hier sehen, sind Amortisationszahlen, die aussagen, wie lange man mit der jeweiligen Kennzahl braucht, um den Kauf der Aktie an der Börse refinanzieren zu können. Schauen wir im dunklen Balken gleich auf die erste Kennzahl, nämlich das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und aktuell muss man für die Aktie an der Börse 9,9 Jahresgewinne auf den Tisch legen. Und die Grafik zeigt uns sofort, dass die Bewertung der Verizon auf Gewinnbasis eher im unteren Mittelfeld angesiedelt ist. Schauen wir auf den mittelgrünen Balken, also das KCV, das Verhältnis zwischen dem Kurs und dem Free Cash Flow. Und beim KCV sehen wir aktuell einen Wert von 11,6 und der ist von unserem Pi mal Daumenwert von 20 ganz schön weit entfernt. Und wir sehen, die meiste Zeit bis auf 20 und 21 waren wir deutlich darüber angesiedelt. So ein bisschen anders liegt die Situation beim Enterprise Value im Verhältnis zum EBTA. Hier haben wir aktuell einen Wert von 11,1 und das ist so teuer wie noch nie im 5-Jahres-Zeitraum. Auch hier der Pi mal Daumen-Benchmark 20, 11,1, eigentlich relativ günstig. Aber Pi mal Daumen ist wirklich Pi mal Daumenwert, es geht über alle Branchen. In dem Fall, Enterprise Value zu EBTA, gibt es einen tatsächlichen Wert für Telecommunication Services. Der liegt bei 6,6 und da sind wir natürlich mit 11,1 ganz schön drüber. Dividendenrendite ist natürlich auch immer so ein Thema und hier liegen wir aktuell bei guten 4,7%. Das gefällt mir. Und jetzt geht es auf die Zielgerade mit dem Discounted Cash Flow Verfahren. Vor der Abschätzung der Szenarien schauen wir jetzt das erste Mal auf die Cash Conversion Rate. Und hier geht es um das Thema, inwieweit das Unternehmen Gewinne in Free Cash Flows umsetzen kann. Und die sind ja für uns Investoren interessant. Das erste, was wir sehen, die Cash Conversion Rate ist im gesamten Zeitraum größer 0 und das ist schon mal positiv im wahrsten Sinn des Wortes. Richtig gut, also größer 1, sind die Werte aber nur in 18 und in 20. In 21 liegen wir bei 0,9 und das ist so an der Grenze zwischen OK und gut. Der nächste Punkt, den wir uns anschauen, sind die Cash Out Positionen, Zinsen und Dividenden und die Sales Conversion Rate. Und im dunklen Balken sehen wir den Zinsaufwand und der sinkt seit 2018 kontinuierlich. Die Zinsersparnis von 20 auf 21 waren satte 745 Millionen US-Dollar. Und damit kann man die 213 Millionen mehr an Dividendenvolumen locker verkraften. Also ich denke, an der Belastungsfront müssen wir uns keine Sorgen machen. Sales Conversion Rate, das kennt ihr inzwischen auch. Da habe ich die Kennzahl ein bisschen umgedeutet. Ursprünglich kommt das Ganze mal aus dem Vertrieb, aber ich nehme es hier einfach mal in Analogie zur Cash Conversion Rate. Und schauen wir hier an, inwieweit Umsätze in Free Cash Flows verwandelt werden können. Da haben wir ein relativ konstantes und hohes Niveau mit 14%. Wir können allerdings den positiven Ausreißer von 2020 mit 18% nicht halten. Hier sieht man natürlich für uns nicht überraschend, dass die Generierung von Free Cash Flows und Dividende genau die Stärken der Telekom sind. Schauen wir mal, wie die Analysten die Verizon sehen. Und in dem Fall ist es nicht ganz so positiv. Wir haben nämlich gut 40,5% Kaufempfehlungen. Und die Mehrheit sieht in der Verizon eine Halteposition. Und die Kursziele bewegen sich zwischen 45 und 72 US-Dollar. Und jetzt schauen wir mal auf das Ergebnis der parametrisierten Discounted Cash Flow Analyse. Geschäftsmodell aus meiner Sicht kein Abschlag erforderlich. Genauso wenig wie beim Thema CapEx zu Abschreibungen. Denn Telekommunikationsunternehmen müssen immer viel investieren. Und das tut die Verizon auch. Schauen wir mal auf die finanziellen Risiken. Und hier habe ich über die Parametrisierung doch einige Abschläge. Den ersten bei der Eigenkapitalquote 22,7%. Da gibt es einen Abschlag von 5 Prozentpunkten. Dann die Substanzwertquote. Die fällt noch ein bisschen mehr ab mit 16,2%. Da gibt es 7,5 Prozentpunkte Aufschlag. Und die Current Ratio mit 0,8. Da vergebe ich satte 10 Prozentpunkte. Bei der Beteiligung der Aktionäre gibt es keinen Grund zu meckern. So landen wir insgesamt bei einer Risikomarge von 22,5 Prozent. Bei der Abschätzung des Intrinsic Value habe ich mich für ein deutlich konservatives Szenario entschlossen. Ich gehe von einem mittleren Umsatzwachstum in den nächsten 10 Jahren von 1,3 Prozent aus. Das liegt ganz knapp unter dem mittleren Umsatzwachstum der letzten 10 Jahre von 1,31 Prozent. Danach rechne ich mit einem sehr konservativen Umsatzwachstum von 0,5 Prozent. Für die Abschätzung der Free Cash Flows benutze ich die Sales Conversion Rate und hier habe ich das 10-Jahres-Mittel genommen. Da liegen wir bei 12,76 Prozent und das liegt deutlich unter den Werten der letzten vier Jahre. Also ich denke, man kann durchaus von einem ziemlich konservativen Szenario sprechen. Und ich komme auf einen Intrinsic Value vor Risikoabschlag von 81,29 US-Dollar und berücksichtigt man den Risikoabschlag, dann kommen wir auf 63 US-Dollar glatt. Jetzt kommt die gute Nachricht, aktueller Kurs 54,68. Das bedeutet, wir bekommen zurzeit einen Rabatt auf den Intrinsic Value von gut 13 Prozent. Und das gefällt mir natürlich. Jetzt kommt wie immer die Frage, für wen ist die Verizon interessant und ist sie für mich interessant? Meiner Meinung nach ist sie zurzeit mit einem Abschlag auf den intrinsischen Wert zu haben und das ist immer schon mal gut. Die Verizon ist viel zu groß und viel zu etabliert, um noch explosionsartiges Wachstum zu generieren. Wer sich also einen Kursverdoppler erhofft, der ist hier vermutlich falsch. Umgekehrt sehe ich das Downside-Potenzial des Unternehmens als begrenzt an. Wohlgemerkt des Unternehmens, was am Aktienmarkt passiert, weiß kein Mensch. Die Verizon liefert verlässlich Dividende und das gefällt mir. Und für mich ist sie eine Krisenaktie. Warum? Stellt euch vor, das Geld wird dem Haushalt knapp und ihr habt zwei Verträge. Der eine ist das Fitnessstudio und der andere ist das Thema Telefonieren und Internet. Worauf würdet ihr verzichten? Für mich ist ganz klar, welchen der beiden ich kündigen würde und deswegen ist auch ganz klar für mich, dass ich die Verizon kaufen werde. Wie steht ihr zur Verizon? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Am besten lasst ihr mir gleich ein Abo da, dann versorgt ihr nichts. Auf jeden Fall freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, gleiche Stelle, gleiche Wille. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box. Schreibt mir die Laufelijer. Und dann geht euch bitte an Orang nebenher an Orang. Und dann geht es euch boys. Dann geht uns um listen weiter. Skochen los. Hier bei uns im G sant.